Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sweet-Version-Nutslog, so. Was haben wir eigentlich beim letzten Mal gemacht? Was wollten wir jetzt beim diesem Part machen? Keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr. Ach genau, im letzten Part haben wir glaube ich den Arena-Leiter besiegt. Und, ähm... Genau, wir sind da oben hingegangen, hatten dann, ähm... Gegen... Mag, glaube ich, gekämpft. Und wir hatten ja das Pikachu gefangen. Bei welchen wir noch nicht wissen, ob wir das wirklich benutzen dürfen. Ähm... Ich weiß gar nicht, ging's hier irgendwie auch... Näh, das wolltest du nachgucken, hast du aber nicht gemacht. Äh, das wollen wir doch die Zuschauer entscheiden lassen. Schatz, ey. Ja, wir wollten, wenn wir jetzt schon einen... Äh, wenn wir... Nee, wir wollten nachgucken. Nein, wir wollten die Zuschauer uns entscheiden lassen. Ja, die Zuschauer sollten uns uns sagen. Ach so. Ja. Das können wir eigentlich selber nachgucken, was ist es, wenn wir weiter aufnehmen. Wir können auch sagen, dass wir Popsi-Schuh einfach erstmal aus dem Team lassen. Bisher schützt es uns sowieso. Das kann nicht mal vernünftig weglaufen. So, genau. Hier wollte ich hin. Warum steht die Bitch da immer noch im Weg, ey? Markus Kahn? Ach, Bitch. Okay. Hier gibt's nur... So, wir wollten eigentlich zu ihr hier, zu Katja, und gucken, was die eigentlich von uns wollte. Und schon sind wir in allen Kampferwinkeln. Okay. Yay. Badum. 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 Schoko, Saw and Ricycle. Schön. Äh. Ich muss gleich dran denken, dass ich Pia dann erstmal aus dem Team nehme. Ähm. Eko, na komm du noch mal raus. Ähm. Machen wir mal Hangar das auf Ricycle. Oder Ricycle. Ich hab keine Ahnung. Okay, das war... Mach nicht so viel schon, das ist gut. Ähm. So, Ricycle ist schon mal vergiftet. Ähm. Hungrig. Uh. Sherry Seed. Also sowas wie Egelsamen. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt ich Schoko Sawyer die ganze Zeit selber. Hm. Ich glaub, das bringt auch Hangar das nicht so viel. Versuch mal Flory Blitz und... Orange Sock. Schock. Orange Sock. Also ne Orange Sock ist natürlich auch ne geile Attacke. Oh. 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 Well. Dekona hat anscheinend heute ihren guten Tag und haut einfach mal alles weg. Yay. Dekona. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Also. Huh. Und ein Cottonmouth. That's not so good. I think. Dekona steckt diesen Crit locker weg. Und Cottonmouth wird geheilt durch den Egelsamen, der immer noch auf uns liegt. Auf Finn. Ähm. Bicycle frisst sich immer weiterhin immer noch selber auf. Und wir lassen ihn wieder Orange Sock ein. Ah. Jetzt wird es langsam ein bisschen brenzlig für Finn. Ja. Klar. Jetzt trifft Dekona natürlich nur zweimal. Also echt mal. Und Cottonmouth ist immer noch aktiv. Wodurch es jetzt natürlich wieder geheilt wird. Naja. Während Reiser sich selber auffrisst. Naja. Immer noch. Aber Cottonmouth dürfte diese Runde nicht mehr überlegen. Deswegen. Wir heilen jetzt auch mal dann direkt Finn. So. Schatz, dein Klicken geht echt ein bisschen auf den Nerv. Ja. Okay. Dann höre ich auf zu klicken. Danke. Das ist mir auch sehr stark beim Bearbeiten des Videos aufgefallen. Man hört ständig deine Hintergrundgeräusche. Ja. Kann ich nichts dafür. Das ist ein so gutes Mikro ab. Ja. Entschuldigung. Mh. 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 Und es frisst sich immer noch selber auf. Also echt mal. Wie kann man nur so einen Appetit haben, dass man sich selber auffrisst. Ups. Das machen wir einfach nicht. Ja. Ich mach jetzt mal Onstock auf. Das Reisicle müsste es eigentlich glaube ich trotzdem töten. Vor allem wenn der Conan so schön vorliegt. Ich schätze das tötet jetzt. Das tötet Pokémon. Ja. Auch wenn es nicht mal sehr, äh nicht sehr effektiv ist. Ja und Pia sind selber elf. Äh toll. Pia haben wir ja noch aus dem Team raus. Ähm. Ja ich hab Katja besiegt. Wuhu. You're good at this. I know. Thank you. Not bad. You could get all the bad. That is easy. I got one back in town. See. And then I trounced Mark. Welp. I'm off to get something to eat. See ya. Okay. Okay. Dann gehen wir hier mal jetzt rein. Und. Gucken mal. Ice cream is a prime component of essence. Gut zu wissen. Schön. Äh. Bye. Was willst du? Hi there. I need Rappalan to keep the Pokesweets from messing up to the other pathway. Okay. Okay. Somewhere is for every two Rappals you have. Okay. Jetzt weiß ich nicht wo du deine Bären herkriegst. Ja aber wo krieg ich Rappals her? Uhhh. Wie wär's mit diesem Ort wo die Sachen verkaufen? Huh? Seriously? Ach so. Im Markt? Ja. Oh. Could be. Okay. So. Hier machen wir wieder Highspeed an. Die Strecke kennen wir ja schon. La, ein Popsyshoe. P-Popsyshoe. 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 Gendescape. Pia ist gleich tot. Pia will die. Warum gehst du die Strecke eigentlich entlang und nicht den Weg dort unten wo überhaupt keiner? nicht durch kann ja nicht durch die bild nicht ja ja natürlich jetzt ist so natürlich weg vorfügt euch doch fickt euch gehen sie hier unten die bild das andere wenn wir die ganze zeit nicht durch und jetzt so ist das ein grund die leute zu beleidigen ich bezweifle ich finde das ist ein grund ich stehe mir die ganze zeit im weg und auf einmal ist sie weg echt mal nämlich wenig vorwarn können so wir packen das popsy show erstmal in box 2 und gucken dann eben halt später mal was wir jetzt damit wirklich anfangen bin ich immer noch sehr sicher dass wir keins gehabt haben okay hallo ja heile bitte bei der pokémon dankeschön dankeschön und tschüss okay wir gehen jetzt mal nach rechts und da taucht schon wieder der typ auf und plötzlich sehr wunder ich bin sicher dass wir durch doch nur noch zwei okay aber hast du schon den orden dass du gerade benutzen darfst ja das steht da natürlich nicht ja aber darf ich ich meine cut war nämlich hier war nämlich major bobs worden sicher was nicht hier der orden wenn hätte dann ich hat gesagt na gut dann gehen wir jetzt hier lang don't care high speed it's not good for your health nope so gegen den haben wir schon mal gekämpft nämlich in der grinding montage aber gegen den hier noch nicht weil ich nämlich mal gucken wollte welches level haben die hier eigentlich so dass wir da nicht haben das musst du ihm doch nicht verraten bugcatcher dave hi bugcatcher dave hi da mit seinem banana bee oh banana bee weißt du das hattest du auch mal ich weiß und alles ist gestorben You killed it. Ooh, Magnitude A, this is... Oh, gut. Henry, Henry steckt das ein. Locker. Oh. Well, that sucks. Aber da steckt Henry bestimmt auch genauso stark ein. Locker. Tschüss, Henry. Locker steckt es das ein. Henry ist klasse. Und es hat klasse. Haha. Tschüss, Henry. Wieso, tschüss, Henry? Lebt doch noch. Ach so. Sag mal, pass doch überhaupt aus, ich höre dich schon wieder klicken. Ups. Habe ich nicht rein. Pass auf. Wann machst du dann die ganze Zeit nebenbei? Henry beim Sterben zu sind. Wie sind denn diese Menschen, die das Ding geworden? Okay. Lemon and Banana Effective against each other? Sollst du dir merken. Ja, von mir aus merke ich mir. Meistens sowieso, wenn ihr dann sowas sagen, ne, das sind immer solche Tipps für die nächste Arena. Ja. Aber wir können auf der Route rechts neben der Stadt und in der... Gibt der eigentlich hier die Angel? Im Normalspiel gibt der einem da die Angel. Hm. Schokoban made everything in this land, including the Poké-Sweets. Toll. Blablablablablabla. All the time. Toll. Nope, der gibt mir nix. Ähm. Was ist Pokémon Center? Hello there. Ate itself into a coma. Jeez. Tja. Comes more and more tastier as it grows in power. Flavor is power. Now you see why humans generally don't fight. Okay. Vanilla is a rather bland flavor, don't you think? Huh, you'd be wrong. Blablablabla is another word for potential here. Okay. Hi. Yes. Please. Ich hab nicht ganz verstanden, was sie gesagt hat. Erklär mir das mal. Wer? Die Tusse gerade. Welche Tusse? Die du angesprochen hast mit diesem Potential und irgendwas. Und den Flavors. Du meinst den Kerl hier? Ja. Siehst du, du passt gar nicht auf. Du siehst nicht, weil das ein Kerl ist. Für mich sieht der aus wie eine Tusse mit einem Hut. Nee, um ehrlich zu sein, ich hab's auch nicht verstanden. Was ist das hier? Ah, hi. I love Popsi, too. It's cute and tasty and chilly. Schön, dass du es tasty findest. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, der Teil mit dem Tasty ist irgendwie komisch. Okay, er kann, äh, weiterzulich nicht richtig hinkriegen. Our chairman is very vocal about baking. Schön. Du sollst nur mit ihm sprechen, der bacht, der bestimmt wird. Ich bache den Baking Club. I've baked more than a hundred Focus Feeds. Want to hear about my latest adventure? Of course! Good! Warte, kann ich jetzt erstmal jetzt mal ein Witz sagen? So, listen up. Er bacht dir in alles. Haka am Popsi-Chew. My favorite Cup V. Oh, it's cute, lovely, smart, plus amazing. You think so? Oh, yes, it's stunning. Kindly, love it. Hug it when sleeping. Warm and currently, spectacular, revisions. Oops, look at the time. I kept you so long. I want you to have this. You saved a bike, Russia. Jetzt können wir uns ein Fahrrad kaufen! Yeah, aber dann müssen wir wieder zurück nach, ähm, Azuria City. Ja. Auf dem Weg nach Azuria City. Ey, das ist mein Job. Ich glaub mir nicht mein Job. You took your job. Ich glaub mein Job. You can talk, but somewhere we take the ones can. Okay. So why are you un-talkative? But Choco Bun, the creator of the stand, and her fans can talk. Sag mal, hab ich das gerade am Anfang richtig verstanden. Äh, wir können nicht reden, aber manchmal können wir. Äh, manchmal können die Pok-Sweets reden, manchmal aber auch nicht. Aber Schoko- Ja, wir können nicht reden, aber manchmal können wir es. Alter, der Schoko Bun ist ein Pok-Sweet? Ja. Okay. Spoiler. How do I write a love letter to a Pok-Sweet? Äh, gar nicht? Ähm, ja, das ist creepy. There's nothing else written. Okay. Das ist irgendwie creepy. Ja. Ich geh jetzt auch nicht los und schreib irgendwie ein Liebesbrief an... Who the fuck ist der Schoko Bun to see? Hast du doch gehört? Die hat doch hier die Pok-Sweets erschaffen. Ja, aber... Ich mein, ich geh jetzt auch nicht los und schreib so, dir, äh, lieber Schokoladenkuchen. Ich liebe dich über alles. Ich sage... Lass uns heiraten. Ich sag jetzt auch keinem Pokémon so, lieber, was weiß ich, keine Ahnung. Was kann man nicht sagen, was weiß ich? Naja, da die anscheinend, äh, die essen. Lieber Schokoladenkuchen. Und ich möchte dich unbedingt heiraten. Äh. Ich will Kinder von dir. Sie werden so gut schmecken. Why do you want to eat our children? Because they are so tasty. Because they are so tasty. Because they are so tasty. Do you love it? No. Oh, da steht jemand. Warum denkt denn niemand mal an die Kinder? Lemonade? Ja, stimmt, die schmecken sehr gut. Lemonade? Und zum Lemonade? He's coming again. No. Komm, ich wollte jetzt irgendwas zu dem, äh, Lemonade sagen. Irgendso ein Witz, aber der fährt mir grad nicht an. I don't seem bearers. Berries. Ey, ich hab ja, wir haben eigentlich nicht genug. Wir müssen zurück. Sicher? Ja. Waffen wir nicht andere? Weil wir brauchen einen Fetscher. Wir gucken jetzt nach. Ui, oha. Okay. Geht doch schnell. Geht doch schnell. Ja, außerdem kannst du dir dann noch dein, äh, Fahrrad holen. Genau. Wui. Aua. Ich hab jetzt echt, äh, auf den Weg nach der Tania City. Wui. Ist eigentlich die englische Version on the way to Viridian City? Heißt, on the road, glaub ich. Hm. Okay, here you go. Thank you. Tschüss. Thank you. Come back again sometime. No. Yeah, und jetzt müssen wir, äh... Okay, jetzt muss ich es nur noch legen. Jetzt musst du noch herausfinden, wo es noch mal Kappi war, äh, gab. Warte. Äh, Register, so. Select. Jetzt musst du noch herausfinden, wo Select ist. Äh. Dort, meine Freunde, ist das Ziel. Äh. Ha! Herausgefunden. Okay. Alter, da lauf ich ja schneller. Oh. Okay. Ja, da hast du so runter, so Fahrradweg-Stall. Ja. How about it? Yes. You got a copy. Siehst du, sag ich doch, wir haben genug. Okay, ich dachte, es wäre irgendwie, hieß irgendwie anders, die wir noch brauchen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Es wird noch zu einem Krimi-Narer. Was? Es wird noch zu einem Krimi-Narer. Ich hätte echt keine Ahnung, wie die Fili-Narer-Version heißt. Ich auch nicht, ich habe auch keine Ahnung, wie es das wird. Es kann Tackle, Tailwag, Helping Hand und Sprinkles. Sprinkles? Sprinkles. 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 What the fuck ist das mit einer Attacke? A lot of sand is hurt in the foals' face. Ah, Sprinkles. Ja. Okay. Es kann also eigentlich nur eine andere Attacke. Okay. I can live with... Und Sprinkles. Ich meine, es kann Sprinkles, das hast du schon gewonnen. So. Huiiii. Jupp. Wah, shit. Huiiii. Kann ich jetzt hier lang? Nein. Okay. Huiiii. Huiii. Huiii. Aber du müsstest eigentlich nach da rechts können und Pokémon fangen. Wo? Ach, im Moment, sorry, ich war gerade schön, dass du in der nächsten Stadt wieder warst. Huiiii. Das sah dem allen so ähnlich aus. Huiii. Huiiii. 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 Oh. Ah, ah. Ah, ah. Ah, da steht dieser Typ. Er steht mir im Weg. Er steht mir im Weg. Lässt er sich sicher nicht durch? Keine Ahnung, ob er mich durchlässt oder nicht. Sprechen mal an. Hallo. Ah. Me, me, it's supposed to be here. Willst du good by now? Take it too long to board a single boat. Ah, nope. Er... Er... Also von daher. Ah, da brauchst du, glaub ich, kein Ticket. Ich hab Angst, als werde ich wieder runtergehen, dass das Schiff abfährt. Nee, kein Sorge, es fährt nicht ab. Sicher? Ja. Ja. Ich spreche mal den Typen mir an. Fashions are the vessels from this long voyage. Fashions are the vessels from this long voyage. Ja. Man kann hier runter? Müsste es... Ja, wie im eigentlichen Spiel. Okay. Müsste es nicht LEVATOR sein? Nein. Hat er doch gesagt. Ach echt? Ja. Ich hab gedacht, guck, ich hab mich verlesen. Nein, das ist schon blöd. Okay. Okay. Wir gehen mal hier rein. Ich glaube, hier ist ein Pokémon. Das ist ein Pokémon. Oder müsste es nicht ELEVATOR sein? Ach, 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 ach. Der war schrecklich. Du willst du kämpfen? I've seen people ride a small bowl of ice cream. It's true, really. Okay. Aber er ist ELEVATOR. Okay, ich guck jetzt echt mal nach eben kurz. Können wir schon in die Arena? Ich versuche... Ich denke noch gerade über weitere dumme Witze nach, was LEVATOR angeht. Sprecher bringt echt nichts. Äh, Schatzi, wie lange nehmen wir denn schon auf? 22. Ja, dann können wir jetzt noch eben kurz in die Arena gucken. Äh, du weißt, dass du nicht mehr raus kannst. Wow, wir können echt schon rein. Halleluja. Okay. Willkommen. Dieses Team ist run by Pair, Ban and Lan, with one's bitter rivals. The most bitter of rivals. That is because lemon and banana types beat each other. Ja, und beide benutzen diese Typen. But no, they fight together. Maybe there's a way to beat both types. Oh, and watch out for banana peels as you walk the gym. This place is messy, huh? Really? Wah! Ah! Ah! Okay, wir müssen zuerst hier hoch oder da rechts hoch. Weiß ist Puzzle eben hier. I don't know either! Gute Frage. Gute Frage, beantwortest mir. Insgesamt, bei manchen Arena denkt man sich echt so, warum sind da eigentlich solche Puzzle? Super Nerd Bailey. Bailey! Aber er wird anders geschrieben. Sie. Als Bailey. Oder? Wird sie so geschrieben? Ja, er wird anders geschrieben als Bailey, aber ich meine, sie wird anders geschrieben als er. Ja. So. Oh, Schatzi, guck mal! Ich weiß, ich will auch ein Gummy-Use. Oh. Okay. Gut, die Pokémon scheinen... Scheiße, das sind das von den Trainern. Oh, Scheiße, die Arena-Leiter-Poke-Suite werden bestimmt total hochlevelig sein. Das sind scheiße. Schaffst du schon. Capi, that's enough. Go, Dakota! Ja, Capi, müssen wir erstmal leben. Oh, fuck you! Banana-Bee! 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 Headboard! Ging daneben. Mist. Forsight! Wirklich? Gesichte? Jetzt kann es dich mit seinen normalen Attacken treffen, wenn es Halloween auf dich draufpackt. Warum auch immer man das tun sollte. Keine Ahnung, weil wegen Senf? Tikuna used Flurry-Bee! Bei mir hat das grad gestalkt. Statt nur Flurry-Bee! Flurry-Bee! So, Flurry-Bliss is Flurry-Bee! Ja. Sag mal, Schatzi, was hältst du eigentlich von diesem neuen Film, bei dem Tom Hiddleston mitspielt? Was für ein neuer Film, bei dem Tom Hiddleston mitspielt? Wo wir gerade über neue interessante Filme sehen. Poltergeist! Boah, kriegst du auch immer die Werbung auf YouTube? Willst gerade nicht da drauf wohnen und auf einmal so, Poltergeist! Und du denkst dir so, what the fuck, Mädchen? Halt die Fresse und flitter mir nicht ins Ohr! Also ich guck ständig irgendwie und dann kommt da mittendrin Werbung dann, Poltergeist! Vor allen Dingen sagt das voll creepy so, Poltergeist! So voll verängstig und alles. Ey, ich höre gerade irgendwie meine YouTube-Liste durch von AMVs oder so, ne? Hör nur Musik und auf einmal so, Poltergeist! Und ich denk so, what the fuck! Schalt schnell drauf! Nein! Nein! Ich höre mir jetzt nicht um 2 Uhr morgens in der Nacht diesen scheiß Trailer an! Leck mich! Ah ja, der Film sieht auch sehr interessant aus, muss ich wirklich sagen! Ist ja bloß ein Remake zum Original, das man nicht geguckt hat, aber man mal gucken muss! Ich weiß, dass ich Poltergeist schon mal einen hatte! Drei Teile sogar! Echt? Wow! Oh! My lemons have done bananas! Der war total! Not lustig! Okay, äh, da-dam, 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 da-dam. Ich mach's jetzt mal wie Neil, so mach Highspeed an! Nein! Nein! Doch! Okay! Toll, ich hab jetzt echt wegen Bailey in Ohrwurm! No! Nee, aber... Oh! Oh! Stimmt! Henry! Henry! Scheiße! Stimmt ja! Das ist jetzt sehr effektiv gegen Henry! Ähm, Orange! Ja! Ähm, Thomas! Dembei bester Wrestling-Move-Name ever! Belly to Bailey! No! Nee, es gibt hier, ähm... Irgendwie... Le... Le... Leaking... Poke? Oder... Peak? Oder sowas? Auf jeden Fall so ein ganz komischer Name und, ähm... Der Film sieht aber auch sehr interessant aus. Es ist auch so ein Horrorfilm anscheinend. Und... Jo, sieht eben halt, ähm, echt nett aus, also... Vom Namen her denke ich jetzt eher daran, Alter, ich will echt mal Twin Peaks gucken. Oh, Tamakutu Levels, äh... 25, that's good. Banana Slip! Now you're going to slip everywhere! Naja... Nein, er hat gesagt, was macht Banana Slip? The user draws up close to the fold is, ähm, irgendwie, 10 hits without fail. Ah, wie heißt das nochmal... Wie heißt das nochmal? Ähm, das könnte Aeroaz sein, oder? Ja, sowas. Ja, sowas in die Richtung Aeroaz oder Magical Leaf. Ja, irgendwie... Finde ich gut. Kann, äh, Tamakut gebrauchen. Könntest du aufhören, meine Pokersweets zu paralysieren? Dankeschön. Das ist ein Popsi-Chu, das macht das gerne. Warte mal, Banane ist, äh, Banane ist doch sehr effektiv gegen Orange, ne? That's good. Sicher ist Banane? Ich weiß es bloß, dass, äh, Banane und Lemon gegenseitig sind. Ach, genau, Banane und Lemon. Ja, ist doch Orange! Nee, Orange ist was anderes. Okay, Popsi-Chu ist Orange, ist nicht Lemon. Leck mich! Okay, wir wissen jetzt, ähm, Banane ist aber nicht sehr effektiv gegen Banane. Äh, gegen... Ja, Banane ist nicht sehr effektiv gegen Banane. Ja, gegen, ähm, ähm... Bla, hilf mir mal. Bla, genau, Bla. Orange, Orange. So. Äh, okay, wir müssen dann hier, und hier, und dann hier, und dann da, und dann da, und dann hier, und dann sind wir schon wieder da unten. Und dann geht man falsch, und scheiße, ich bin dumm. Oh. 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 Äh. Moment. Ich hier, und hier. Nein. Geh nochmal hoch. Dann geh zur Seite jetzt hoch. Jetzt geh links. Runter. Links. Ah, okay, danke, danke, danke. Oder so. Oder so. Oder so. Welcome, we are Ben and Lamb. Hi. Wollte ich noch die Paralyse vorher halten? Nö. Okay. Ich wollte eigentlich vorher gegen den Typen deiner Mitte kämpfen. Wie komme ich denn zu dem? Da wollte ich dich ja hinführen. Wollte ich ja eigentlich auch. Hä? Äh? Aber du wolltest ja zu den Typen. Nein, ich wollte ja. Ich schreck noch nicht. Hä? Naja. Ist auch egal. Holy shit. I'm more nana. Well, we are screwed. Äh. Go Finn. Go Finn. Äh. Du hast Geburtstag. Du hast Geburtstag. Du hast Geburtstag. Moment. Warte, die sind beide Banana, ne? Ja. Sehen ja so aus, ja. Shit, ich hätte echt Finn rausholen sollen. Weißt warum? Hm? Es kann Orange. Ne, Moment. Orange ist ja gar nicht. Äh. Ich hab'n geguckt. Ich hab'n geguckt. Hehe. Ich hab'n geguckt. Ein Crit. Nanananana. Das machen wir da aber nicht. Das lässt du schön wieder bleiben. Wow. Wow. Hey. Don't steal my berries. Okay, das ist... Aber die schmecken so gut. Lemon war gegeneinander sehr effektiv, ne? Ja. Gut. Ähm. Ich hab'n geguckt. Ich hab'n geguckt. Ich hab'n geguckt. Stopp'n' konfektion. Und stopp'n' knockoff! Der Kona ist gefuckt. Das ist nicht gut. Ist knockoff ja eigentlich auf 6th Gen Stärke oder auf... Dingens? Das wüsste ich echt gerne. Hey, das ist nicht sehr effektiv. Hä? Ist das richtig, Banana? Oder ist, äh... Ist Gummering jetzt, äh... Lemon? Vielleicht ist es auch, äh... Lemon Banana? Ne, ich glaub' Gummering ist Lemon und... Maunana ist Banana. Okay. Versuch' mal Banana Slip. Auf Gummering. Oh, come on. Willst du mich wirklich zu Tode lasern? Wirklich? Ja, hab' ich ne Mitterne mitrück' noch. Äh... It hurt itself for you. Aaaaaaah! Wuh! Mal selber aus kurz. Yep! Wie ich sagte, Gummering ist Lemon... Und das andere ist Banana. So. Okay. Ich hab' auch noch'n Hyper Potion. Holy Mother! Hyper! Oh, shit. Äh... Also mit Banana Slip kann ich schonmal Gummering töten. Okay. Wir haben gerade beide, äh... Zwei Poké Sweets draußen, die sehr effektiv gegen die beiden sind. Decona kann, äh... Ne Lemon Attacke und Tama kann ne Banana Attacke. Und das ist grad' sehr hilfreich, ja? Soft! Okay, ja. Ha? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ich hab' bloß dir zugestimmt. Ach so, okay. So, Kaffee hat auch ein bisschen Erfahrung gekriegt, aber levelet immer noch nicht. Das ist scheiße. So, jetzt haben wir hier noch ein Banana Feet. Guck mal, sowas hätten wir gekriegt. Aber nein, du musst es ja Bobo sterben lassen. Ähm... Ich glaube, ich versuche erstmal Banana... Bananani... Banane... 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 Ban... Banane... 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 Banane Bass. Banane... Banane Bass. Banane... Banane Bass. Oh, stimmt. Oh, oh. Chloe... Buzz. Chloe... Buzz? Stop it! Stop it! You fucking murderer! Stop it! Why... Why are you... Why do you do this now? Nein! Stop! 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 God, nein, Tama! We loved you, Tama. We loved you. Why? He didn't put it all the time! But now, suddenly! Oh, the corner is out of the confusion. That's already... Uh... 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 Okay, that's posted all... Can't lie... Can't lie... Genau, Limette, das war das ja. Man schaut orange, das war... Schluss. Es wollte dich in eine... In ein Gefühl von Sicherheit fliegen. Und dann... Zuschlagen in dem Moment, wo du es nicht erwartest. Ich setze mal Hyper Potion an. Alter, mein Kopf hat gerade gedacht, ich setze mal Hyper Voice an. Hyper Voice? Hyper Voice. Hyper Voice, okay. Hyper Voice, okay. Schallwetter, also das, was du mal auf Felinara drauf hast. Und so. Friess dich doch einfach selber auf, du scheiß Vieh. Uhhh... Shit. Ich bin mir sicher, es schmeckt gut. Nanananananananananananananan... Nein, 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 nein... Oh, danke. Decona. Decona. Danke. Inwie bin ich mit dem Namen nicht zufrieden. Ach, auf einmal. Okay. Okay. We are totally so good. Ganz ehrlich, ich glaub, wir... Ja, meine dumme Idee ist schon, die an Arena zu gehen. Ich glaub, wir können den Nassaukir zu enden. Ach, du schaffst das noch. Nein! Schaff ich nicht! Kapi, Kapi, ich schaff das. Oh nein, nicht schon wieder dick. Dick. Ach, das ist gerade echt nicht lustig. Schatz, das würde ich gleich finden. Das genau, das ist nicht lustig. Okay, das ist nicht lustig. Aber... Ich überlege, ob ich lieber Flurryblitz einsetzen soll. Ich weiß nicht, das ist sehr effektiv eher nicht, aber... Aber es macht mehr Schaden. Wenn es mehr Schaden macht, ist sowieso besser, ne? Ist ja egal, ob es effektiv ist oder nicht, aber wenn es mehr Schaden hat und zweites neutral ist, dann ist ja... Also es ist egal. Wobei, hm? Und... Moment, ähm... Decona ist doch ein Vanille-Type, ne? Also ist das auch Stab? Ich glaub schon, ja. Das ist toll im Glück, ne? Er dürfte jetzt eigentlich töten. Gut. Oh, mich riecht das mit Tamar immer noch auf. Aber dafür ist Decona jetzt selber 26. Ich meine, Tamar war awesome. Tamar hat so viel... Ja. Tamar hat so viel für uns gemacht. Ja. Okay, Lambdrop. Nun ist sie weg. Achja, das hässliche Vieh, Alter. I cannot like it. Like it. Lambdrop. Ich mag schon das Original nicht, auf dem es basiert. Ich find's süß. Oh, das ist so schlimm. Was hast du denn? Ich find das Original schon schrecklich. Warum? Ganz ehrlich, ne. Nee. Ich find's so schrecklich. Könntest du bitte mit deinem scheiß Flurryblitz aufhören? Du hässliches Vieh. Du wirst hässlich und du sollst sterben gehen. Irgendwann müssen sie auch keine P.P. mehr haben. Du schaffst das. Für Tamar. Für Tamar. Sei stark. Für Tamar. Who cares for Tamar. Wie schnell du über Tamar entweg gekommen bist. Nein, ich bin echt immer noch deprimiert. Vor allem zuerst hat sie so, äh. 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 Ein Maution jetzt. Äh. Und Decoder, greif mal ein bisschen mehr an als zweimal, du scheiß Vieh. Gott so fuck, ich geh mit Finn auf Fight und, nö. Ähm, hat der vielleicht Anker oder sowas gemacht? Ja. Oh shit. Siehst, dann kannst du noch die eine Attacke benutzen. Okay. Hör auf. Puh. Jetzt mach mal ein. Und damit meine ich nicht das Fokus fließt. Ich hab ne Kettensäger. Hast du nicht. Okay, ich hab ein Messer. Das kannst du nicht abschreiten, dass ich in der Küche ein Messer habe. Das stimmt. Außerdem denk ich jetzt irgendwie immer an Kettensäger, weil ich letzte Nacht, ähm, Tanz der Teufel 2 geguckt habe. Okay. Ja, Ashley hat später ne Kettensäger als Arm. Ich weiß. Hast du's mit Ashley? Das hier wird ein extrem trauriger und langer Part. Ashley. Ganz ehrlich, das wird echt ein extrem trauriger und langer Part. Ich mein, wir haben Tama verloren. Wir sind fast 40 Minuten. Hast du's? Ashley. Und Finn fehlt dann auch noch. Finn fehlt die ganze Zeit. Und die Corona ist komplett paralysiert. Okay. 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 Finn. 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 Finn, Shallow, überlebt er es nicht. Oh, Gut, es ist taurig. Das ist aber Back poi nicht. Don't care. Dekona töte! Solltest du was, Flurry Blitz ist glaub ich ne physische Attacke. Töte! Yay, Unko Ended. Okay... We just try it. No, 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 no! Finn! Finn! Finn töte! Finn! Mach ihm doch nicht so einen Druck! Du darfst dem Jungen nicht so einen großen Druck machen! Dekona, du bist scheiße, ich hasse dich. Du darfst der Klein nicht so einen großen Druck machen. Sie muss jetzt in große Fußstapfen treten, aka Tamar. Ah, schon doch wieder Tamar Morse. Could you please stop? Could you please stop? Er muss nur einen Griff landen und schon ist Finn tot. Ja. Aber Lambdrop ist jetzt tot. Danke Dekona, dass du endlich mal getötet hast und noch mich gehört hast. Bitch. Hast du sie jetzt gerade echt noch Bitch genannt? Nein! Sehr nett. Hehehehe. You ruined my Sunday! It won't... A Sunday, what did you say? Lamb, this is your fault. Me? You rotten fruit! Okay. Die beiden verstehen sich nicht. You've won the yellow badge. Nice. Dann müssen wir in diesem Part jetzt noch gleich losgehen und Tamar beerdigen. Ja. Und dann sind wir händig hier raus. Das nächste Haus stags rein. Das ist jetzt mal so awesome. Einfach so fluppen. Äh, okay. Why not? Oh. Hi, was wollen sie hier? Wieso sind sie einfach reingekommen? Sie wissen schon, dass das Haus Friedensbruch ist? Warum sind sie hier so reingestürmt? Warum haben sie hier besser? Nein! 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 Nicht Dekona, Tamar. Ich weiß. Du solltest Tamar das Item abnehmen. Äh, 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 äh. Das kannst du, glaub ich, bloß im, äh, so machen. Oh, grob Item. Egal. Item. Tick. Ja. Keine Ahnung, was die Rosberry macht, aber du kannst wahrscheinlich irgendwann später noch ein Puckersweet kochen. Ja. Backen. Backen. Nicht kochen. Koch. Koch du. Ja, was ich alles koche, ne? Ja. If you smell what the wrong is cooking. What? Da gut, dass du mir nicht zugehört hast. Was hast du gesagt? Noch nichts, nichts, nichts. Ach, ich koche nur Drogen. Ich kann es mir langsam auf den Piss mit deinem Scheiß, äh. Breaking Bad. Breaking Bad ist eine gute Serie. Das ist scheiße. Das ist nicht. It sucks. Außerdem, Schatz, so wie du das, so wie du das gerade gesagt hast. Das muss schon so klingen. If you smell what the rock is cooking. Dang, 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 dang. Hilfe! Nein! Geh weg! Wollen wir den Part nicht langsam beenden, weil wir jetzt schon bei fast 45 Minuten sind? Ja, ich wollte ja eigentlich nur hier rein. Ich hab's vergessen. Ich, 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 ja. Okay, wir machen jetzt eben ganz schnell. Gentleman Arthur mit einem Banvi und einem Banwein. The fuck is wrong with you, man. Wieso? Der hat einmal Level 19 und einmal Level 25. Du hast einmal Level 15 und Level 22. Jetzt gleich nicht mehr. Nein! 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 Aber warum ist das bei dir erlaubt und bei ihm nicht? Because I'm awesome. Sorry, Blut. Okay. Headbot. Headbot! Headbot zuerst. Ich glaube, wir sind Level 16. Hey! Wow! Okay. Das klingt bei dir gerade wie Gualo. 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 Sorry. Das wird zu witzig da dran. Keine Ahnung. Okay, äh, wir stellen uns jetzt hier hin. So. Und wir enden diesen Part. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert uns zum Kanal, drückt auf gefällt mir, kommentiert, bla 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 bla. Bis dann, bye! Bye! Bye!